Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead by Daylight, bei einer kleinen Zwischenfolge, die eigentlich zwei oder drei werden, ich weiß gar nicht, wie wir es schaffen, wie verschaffen wir heute? Zehn! Ja, zehn, okay, der Tobi hatte ja auch Zeit bis zehn Uhr morgens, wir wollten die Nacht eh durchmachen, ähm, und wir spielen heute, wir spielen heute das Michael Myers-Update. Ja! Yeah! Halloween! Das Halloween-Update! Was? Was? Ich habe diesmal sogar, ich habe diesmal sogar vor Freude, habe ich einen Korkenzieher. Hä? Ich habe keine, ich habe ein Taschenmesser, neben dem Rechner liegen. Frag bitte nicht warum. Okay, ich glaube, Pan, ich glaube, du solltest lieber gehen. So. Wenn der Verstopfung hat, nimmt er immer einen Korkenzieher und so, hopp! Das bestimmt, wenn du den Käsekuchen daneben dir stehen hast und die Pan, da kommt so eine Hand, weißt du, so, und den Schreibtisch nach oben, dann haust du da einfach immer so drauf. Ja klar, ja klar. Ich hatte heute Tatsache, nicht sogar Käsekuchen. Schweizer Käse, wenn die Pan sich die Hände mäscht, ist das irgendwie so ein Durchlauf einfach. So ein Sieb, so ein Nudelsieb einfach, weißt du, wenn es abgießt, einfach in die Hand rein. Ey Pan, kannst du mal die Nudeln abschütteln? Und damit, hier hast du gekommen bei Dead by Daylight, Leute. Curry schreckt die Nudeln immer ab, guckt es einfach an so, weißt du? Das Gesicht, was langsam übers Nudelsieb steht. Wir haben jetzt aber wehgetan, Tobi. Oh, 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 oh. Ja, okay, warte mal. Bei dem Halloween-Update gibt es verschiedene Sachen. Nicht nur die neuen Killer, nicht nur die neue Map, die wir irgendwie versuchen zu kriegen, sondern es gibt auch einen neuen Überlebenden-Stil, glaub ich, ne? Es gibt keinen neuen Überlebenden, sondern nur einen Stil. Sollen wir draufgehen? Einen Stil? Nee, nee, das ist eine neue, komplett neue. Neue? Das ist eine komplett neue. Das ist so eine blonde ist das. Ach so. Ja, sie sieht aber so grau aus. Ja, die sieht aus, als wäre sie Mac, aber in Älter. Hey, wie kann ich denn, wie kann ich denn? Wo bin ich? Wo seid ihr denn da raufgegangen? Überleben mit Kopf? Sein Überlebender und dann Menü öffnen unten links. Das heißt jetzt Menü öffnen. Ach so. Und dann kannst du Lor-Lori Strode ganz auslesen. Ich will sehen, ich will sehen. So, jetzt. Die Lorri, Alter. Also die Hose? Alter. Was ist da denn für eine Hose? Alter, das ist doch AFH oder Arschlusshose. Lorri Strode. Okay. Thomas, es ist auf jeden Fall Jessica. Guck mal bitte das zweite Oberteil, das wird dir gefallen. Jessica? Meinst du auch von Until Dawn oder was? Nee, nee. Jessica, die immer ihre Nummer da so ganz schnell sagt, die man sich ganz schnell merken muss. Ihhh. Sag mal, Ausstattung? Ach so, anpassen. Ich war da bei Ausstattung. Anpassen. Ihhh. Das ist ja ein Schick. Alter, die sieht aber ein bisschen verbraucht aus. Die hat schön eine richtige Orangenhose. Ist ja toll. Alter, was ist denn das für eine Oma? Zweite Frisur ist auf jeden Fall besser. Boah, Alter. Findest du? Ja. Nee. Ich find bei mir. Die sieht bei mir jetzt aus wie eine Garten-Oma. Ja, die arbeitet im Garten. Also die zweite ist ein bisschen ordentlicher, finde ich, die Frisur. Ja. Find ich auch. Ich find die erste, naja, ein bisschen wilder vielleicht, aber die zweite ist ein bisschen... Also blaues Oberteil und gelbe Hose ist sehr gut, find ich. Ernsthaft? Ich nenn sie Gitte. Also bei mir sieht jetzt aus wie eine Gitte. Also einer von uns, einer von uns müsste sie nehmen. Ich will die nicht. Was? Einer von uns müsste was? Also einer von uns müsste sie hart durchnehmen. Ja. Curry. Curry macht's. Oh, Curry macht's. Super Curry. Curry. Super Curry, wenn die gut. Alter, wenn die so da steht, ne, wenn die mal zu... Nein, wenn man kriegt... Wählt die mal außen. Okay, ich nehm sie. Mach mal das Menü zu. Ne, ich nehm die. Warte. Sagen Überlebene, ja. Guck doch mal was die bitte... Ja, der Bauchschmerz. Wie viel Platz da unten ist. Wie viel Platz wo unten? Zwischen den Beinen, so wie breitbeinig die da steht. Vielleicht lässt die ablüften. Doch. Ach du das meine. Vielleicht hat sie heute... Die hat heute Dunstabzugsdienstag. Oder das ist... Der große D.A.D. Huch, ich hab noch 23.000 Punkte zu vergeben. Was ist denn da los? Ey, 1600. Was ist denn da los? Scheiße. Wollen wir mal ganz kurz auf seinen Killer gehen und mal gucken. Ja, ja. Okay, warte, kannst du anzählen. Kannst du anzählen, damit wir was gleichzeitig haben. Okay, pass auf. Ich geh schon mal drauf und dann wählen wir auf 3 aus, ja? Warte, 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 warte. Ein Keller. Sah ein Keller. Sah im Keller. Ach ne, wir müssen ja eh... Ach warte, wir müssen ja eh erstmal auf normal. Genau. Menü öffnen. Genau. Menü öffnen. Und da ist er schon. Der Wandler. Sag Bescheid. Weißt du? Wandler ist ein Gleichstromwandler. Oh shit. Seid ihr alle Menü? Ja. Kann ich jetzt auswählen. Drei, zwei, eins. Alter. Boah, ich steh drauf. Ich find das so geil, dass die Musik dann abspielt. Hammer. Wie, das misst du einfach in der Hand. Jetzt guck mal. Okay, die Hände find ich zwar ein bisschen übertrieben groß, aber... Hat ein bisschen was so Elefantitis, ne? Aber, aber ist geil. Ist geil. Elephant Mike, alter. Alter, ich bin... Töööö. Ey Otto. Boah ey, man kann den ja gar nicht... Man kann den ja überhaupt gar nicht die Maske hier abnehmen. Ist der Scheiß. Nein. Outfits haben wir noch keine leider. Ein bisschen schräg. Et wär so schön. Schwarzer Mann Maske. Boah, verschiedene Outfits für Killer würd ich aber auch feiern. Auch gerne als DLC. Weiß ja Halloween Maske aus Latex. Achso. Das DLC übrigens mit... Die auch einfach da steht, ne? Das DLC mit Map, mit der Überlebenden und mit dem neuen Killer kostet übrigens sechs Euro. So um die sechs Euro. Kann man nicht meckern. Ob sich das lohnt, kann jeder für sich selbst entscheiden. Boah, ich will mit dem spielen. Ja. Okay. Wieso hatte ich ja noch 20 wahrscheinlich bezahlt. Ja, wir sowieso. Ja, wir sowieso. Läuft ja. Also einer bezahlt nicht so. Nein. Sohle. Ich mach jetzt töte deine Freunde und es freest alles ein. Ah, jetzt. Wuhu. 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 Jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Ich hab keine Ahnung wie man den spielt. Ich hab keine Ahnung. Sollen wir anfangen? Natürlich. Ich hab jetzt richtig Bock Halloween zu gucken. Irgendwie. Übrigens. Äh. Vorhin stand der ganze Zeit bei Discord, stand der ganze Zeit bei Tobi. Spielt der bei Daylight. Schon vor der Aufnahme. Die ganze Zeit. Hab ich auch gesehen. Äh, ich hab aber Fußball geguckt. Ich bin raus. Jaja. War nur Ablenkungsmanöver. Natürlich hast du Fußball. War wahrscheinlich der erste, der das installiert hat. Ich hab Fußball geguckt. Guckst du? Oh nein. Confusion oder 15. Ich muss eine neue Lobby aufmachen. Hier kommen Leute rein. Der Tobi ist drin. Pan, was ist los? Wieso joinst du nicht? Weil ich keine Einladung krieg. Ich hab dir eine geschickt. Ich würde ja auch gerne joinen. Ich geh noch mal raus. Oh, ich hab ihn angenommen. Ja, ich mach' jetzt nochmal neue Lobby weil da schon irgendwer rein. Wann hast ihr den tief, ich hab' keinen Ton bekommen? Oder? Ja, so warte. Pass auf, töte deine Freunde. Ist ja geil wenn man mit dem Killer spielt, dass man nur diese Map bekommt. Ja. So. Ok, hab' euch beide eingeladen. Jetzt und ladet sofort Curry ein! Ich bin grad im Ladebildschirm. Ich bin grad, auch wenn du beim Penny machst. Wer ist das denn? Das Pandorian, ich kenn' ich nicht okay. Hä? Bin ich doch den? Nein, du bist drin. Du bist drin Hey Tobi, danke! Hey Curry, Mann! Danke Tobi! Currywurst, Tobinator, ok Ok, fertig, fertig Go 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 Oh Gott, bitte lass es funktionieren Die Hose ist so hoch Wir haben noch keine Ahnung welche Map jetzt kommt, aber wir probieren erstmal den Killer aus, oder? Vielleicht geht es? Das wird nicht funktionieren Wir haben jetzt die neue Map Wir müssen 50 mal starten Bis wir einmal die neue Map gesehen haben Wenn wir die Map nicht kriegen, haben wir ja schon vorher gesagt Dann machen wir einen Cut Und dann machen wir es so lange, bis die Map kommt Oder wir spielen jetzt schon eine Runde mit dem Killer? Nee, nee, komm Wir machen das mit der Map Nein, du willst dich jetzt gleich zurückhalten Böse, ganz böse Verfallen der Kuh Oh, der ist neu! Der Kuhstall ist neu! Wir machen... Ich würd sagen, wir machen einen Cut, ich geh direkt raus Warte, hört man jetzt nicht irgendwas? Warte, warte, wir könnt uns vorhin nochmal treffen Wir könnt euch den Killer von außen angucken Wir treffen uns vorher Ja, ich würd das gleich machen Ich würd die Überraschung einfach nicht vorweg nehmen Ich geh raus Lass dich überraschen So Wie wäre es mit nem... Kick wollte ich gerade sagen Wie wär... Was? Wie wäre es mit nem Cut? Jaaa Okay, wir machen... Wir machen den ganz kurzen Cut, dann sehen wir uns gleich wieder Ich hab übrigens gewonnen, unbarmherziger Sieg War ja klar, war nie anders zu erwarten So, bis gleich So, bis gleich Tschuuuuuuu Nein! 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 Okay! Okay! Ähm... Hallo Da sind wir wieder nach 50 Dausend Jahren Habt ihr das gerade gehört? Uuh, die Map ist ganz anders Ey, Tobi hat... Wie geil is das denn? Ey, Tobi man Warte Ey, Tobi man, bleibt nochmal stehen Selbst auf der neuen Map Boah, ich bin jetzt übrigens sehr langsam. Tobi, hast du Herzklopfen gehört? Hast du Herzklopfen, Tobi? Nein, ich hab keinen Herzklopfen, nein. Geil, geil! Oh mein Gott! Aber ich hör so'n Sound, wenn du in die Nähe kommst. Hey, ich hab aber Herzklopfen. Echt? Ja. Hey, Michael. Jetzt aber nur ganz locker. Riech mal. Aber du hörst so'n Klavier, Tobi, ne? Ich hör gar nix. Warte, warte mal. Ich hab da grad so meine Probleme. Boah, das ist voll scary, wenn der so hinter dir herläuft, Alter. Ich hör den Atmen. Wo ist denn der Tobi jetzt? Weg. Ich weiß nicht, was hier passiert. Oh. Hä, Tobi, wo bist du hin? Weg. Wehe, Tobi, wehe. Du sitzt im Polizeiauto. Oh shit. Ich bin so aufgeregt. Ja, ich auch. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Hast du in den Schrank geguckt? Oh mein Gott. Weg, weg. W provider jetzt. Weg, 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 weg. happy, weg, weg, Sandy Weg, 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 weg,朋友 Weg, 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 weg. Super. acquaint wanting. Naừng. Weg, 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 weg. przepraszam. Erfahrtl. Boah, der Kill ist aber echt langsam. Der ist wirklich sehr, sehr langsam. Ja, dafür gibt's ja angeblich dann dieses Perk, ne? Wo du dann irgendwie einen halt one-hitten kannst. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, warte, ich muss jetzt echt überlegen gerade. Alter, Alter, Alter. Wie ich das am besten mache. Oh mein Gott. Oh mein, oh, au. Au. Drone-Duality. Geil, aber die Polizeiwagen sind alle echt noch von damals. Was? Boah, das ist echt so original getreu nachgestellt. Ich würde mir gerne erstmal die Map angucken, ehrlich gesagt. Ich denke schon. Mach doch, mach doch ruhig. Mach ruhig. Hör auf, geh weg. Boah, hier ist sogar ein alter Spielplatz. Du willst dir echt jetzt erstmal die Map angucken? Nein, ich will sogar... Naja, das kannst du dir an. Also, du spielst jetzt ganz normal, ne? Okay. Oh mein Gott, da kommt der! Oh! 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 Tobi. Hilfe, Hilfe, hilf mir! Ich bin eine junge Teenagerin, die springt gleich nackt im Pool. Eine junge Teenagerin? Boah gar, da springen sie aber mit. Da springen sie aber mit. Da zieh ich schon gar die Maske aus. Oh, oh, oh. Pan, 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 pan. Oh shit. Oh 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 oh! Nein! Man hört das einfach nicht! Genauso lacht du schon, Alter! Du hast glaube ich nur Herzschlag, wenn du ihn siehst. Wenn du ihn nicht siehst, hast du kein Herzschlag. Ey, das ist so geil ey. Das ist echt krass gemacht. Das ist so geil, lass uns das immer spielen. Oh mein Gott, ich hab ihn gesehen. Alter, das ist geil. Ich liebe diesen Killer, ich liebe diese Map. Ich bin verliebt. Da ist ein Kamin! Ich glaube aber, da ist ein Kamin! Oh mein Gott! Alter! Du standst einfach hinter mir, ich hab mich richtig erst... Ich glaub, das war das erste Mal, das sie sich richtigen Jumpscare hat hier, ne? Ohne Scheiß. Oh, das ist schön. Wie eine Studentin Curry, ganz schön. Alter, ich hab das erst mal so richtig mich erschrocken hier. Glaube ich. Hast du da in die Hose geschissen? Das heißt, man muss sich immer um... Ja, man muss sich echt immer umdrehen, ey, das ist zu krass. Hast du ein Pfund ins Hösli gelegt? Oh mein Gott! Er hat mich! Nein! Curry! Du kleine, geile T-Gagerin. Das gibt's doch nicht! Okay, aber die Frage ist, wo eigentlich... Wo kann ich euch jetzt hinhängen? Kleiner Mann! Er will mich schlitzen, er will mich ritzen, er will alles machen! Ey, Michael Miles war keine Ego. Du riechst so gut! Nein! Nein! Du riechst so gut! Der Fluch! Er ist real! Er war immer real, Freunde! Er kommt zurück an Halloween! Ich komm zurück an Halloween! Ihr habt doch ein Geschenk! Mach die Atmung nicht kaputt! Entschuldigung! Ich... WUAH! 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 Man kann richtig wie so ein Killer in den Horrorfilmen... ...anschleichen! Scheiße, du bist so erschrocken, ey! Ja, ich bin auf! Curry, los, Curry, los, Curry! Der ist so langsam! Oh, Michael, ey! Tobi, du musst dich umschauen, du musst dich umschauen, Tobi! Boah, das ist echt langsam! Ich glaube, ich steig jetzt in den Auto ein und fahr einfach weg! Curry, ey, ich hab gar keine Zeit dich grad zu dissen oder so! Ey, Tobi, danke, Mann! Du bist mein Held! Oh, hier kommt man nicht weg, das ist extrem scheiße! Ey, wir haben immer noch keinen Generator! Scheiße! Doch, einen! Doch, einen haben wir schon! Okay, immer umschauen, Leute! Oh, 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 oh! Hallo, hallo, Michael! Komm, wir heilen uns, wir heilen uns! Komm her! Komm, ich heil dich zuerst, ich zuerst! Michael! Okay, warte! Danke, Schwester! Danke, Schwester! Michael, Michael! Nein! Ja! Ja! Wir sind Schwestern, König! Boah, ich liebe diesen Killer! Boah, ich will jetzt auch Überlebender sein! Ist der geil! Ist der geil! Ist der geil! Achso, ne, ich hör auf! Ist okay, mach... Ach, ja! Boah, ich guck mich jetzt die ganze Zeit um! Du musst dich jetzt echt... Ja, das ist voll gefährlich! Ja! Also, es ist tatsächlich so, dass du nur Herzschlag hast, wenn du ihn siehst! Ja, ja, wenn du ihn anguckst, ne? Ja, genau! So solltest du eigentlich auch sein! Curry, hier! Boah, ist das geil! Ist das geil, ey! Ich feier das so! Halloween ist da, Freunde! Happy Halloween! Hä? Ich bin grad voll im Modus! Nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er hat ihn! Alter! Boah! Boah! Scheiße! Boah, ist das geil! Ich bin grad in die Hose geschissen! Das ist so gut! Kommt der da die Treppe runter! Was ist denn los? Boah! Vor allem, wie langsam der auch läuft, einfach so ganz langsam wie im Film! Oder wie in den Film! Boah! Der geht sehr gemütlich auf jeden Fall! Das ist grad wie so ein Spazierhaus! Ja, er kann's ja auch! Aber dadurch, dass man keinen Herzschlag hat, kann man den echt gut, äh... Kann man da echt gut was machen! Waren, schnell umschauen, ne? Ja, 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 ja! Und man blutet schneller, ne? Echt? Echt? Ja, das siehst du unten links ist so eine fette Blutlarve und das heißt, dass du halt eben durch das Messer verletzt wurdest und schneller blutet. Hab ich im Trailer auch gesehen. Ja! Boah ey! Es macht mich aber grad ein bisschen stutzig, dass der Tobi immer noch liebt! Ja, mich auch! Ah! Oh Gott, ey! Ist da irgendwo! Wie der einfach sein Lebensschild, ey! Ach Scheiß! Oh nein! Ich bin nicht mehr geblieben! Ist da irgendwo! Hey! Was? Weißt du? Ich wollte doch nur ins Sommercamp! Sommer... Summer Breeze! Ja damals im Sommercamp mit meiner Blockflöte! Was? Was? Aber ich auch nicht durchgejodeln, hör mal! Boah, boah, boah! Hi! Hi! Soll ich noch ein bisschen enger ziehen? Soll ich noch ein bisschen enger ziehen? Was? Du bist so Katzern unter der Arme, ey! Hey du Penner-Kinner! Hau ab! Okay Tobi, pass auf! Du musst echt aufpassen! Tobi, hier! Hier Tobi! Er ist bei Pan, ne? Ja, irgendwo... Hier gerade war auf jeden Fall... Äh... Auf dem Dach... Was denn hier? Da! Da! Boah, fuck! Also... Ja, der ist echt langsam! Ich kann mit so langsam spielen, weil es ist ein bisschen schwierig! Man muss halt wirklich sneaky sein, ne? Ja, und das ist natürlich immer so einfach! Also ich finde eigentlich gut, dass die das so ein bisschen ausgeglichen haben! Wo? Oh! Dass man sein Herz nicht hört, also das Herz schlagen sich ja! Oh, was war das? Habe ich denn... Das ist halt sein Vorteil, ne? Ja, aber dadurch, dass er halt so langsam ist, ist das halt schon... Da muss man das schon abpassen! Das ist schon geil! Hä? Hier ist ein... Ja, ich häng dich an der Gartenlaterne auf! Ist mir doch egal! Du siehst so schön aus, dass Bereiche die ganzen Nacht verschafft! Ich bin froh, dass du mich nicht noch auf wo Anne Hose aufgehangen hast! Okay, bitte! Ja, die sind ja eng genug! Ja! Also der platzt ja in der Unterbereich! Also... Gestorben haben... Oh! Oh mein Gott! Oh, er kommt! Oh mein Gott, Tobi! Ich hab Angst! Er kommt! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Er ruht uns alle! Atelier, läuft mir einfach hinterher! Tobi, hilf mir! Tobi, hilf mir bitte! Ich bin ein Schierlieder! Ich kann... Ich weiß nicht, wo du bist! Oh mein Gott! Ich bin gefangen! Oh! Was ist denn da? Das war der Salto erst mal! Ich war gefangen, Tobi! Salto Gewalto! Ju, danke! Tobi, er kommt dich holen! Er kommt dich holen, Tobi! Ne, ne, macht er nicht! Traut er sich nicht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Er kommt! Michael Myers kommt! Willi, 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 Willi! Willi, Willi, Willi! Willi, Willi, Willi! Er läuft gerade die Straße hinlang! Mach er nicht! Doch, mach er wohl! So was macht der alte Michi nicht! Wut, 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 wut! Der alte Michi! Michael! Michael! nur wenn wir ihn anguckt ich sehe da was ich sollte bei allen killern so sein ganz anders man muss nicht verwirrt mann nein nicht da hoch nicht da hoch wie soll alles keine schädige und tobi ich bin auch reingerannt das ist voll mies mann michael nein diese scheiß sackgasse ich kann dir nicht sagen ich suche es es gibt aber echt sau viele sackgassen das ist eigentlich schon mies das ist echt gemein da kannst du immer voll geil drauf warten so auf die leute eigentlich einfach so voll creepy stehen mit rückensäule dann umdrehen hallo papa papa ... microphone Ich bin Papa Pan nein, wir sind die Schwestern-Chory echte zu welchen Lüke! OFT es den Lüke gibt? na denk ich doch mal Aber die, die kommt... Ah ne, die müsste eigentlich schon gespawnt sein. Ist der bei der Luke? Ne, wie der gerade vorbeigelaufen ist mit seinem Wässerchen in der Hand und so, ob es die ne Luke gibt. Die müsste ja schon gespawnt sein, ne? Aber ihr könnt gerade, also ich hab hier gerade echt, also kein Herzschlag, aber... Ja toll, das bringt ja jetzt überhaupt nichts, Tobi. Der ist bei mir, Mann. Jetzt ist er nicht mehr hier. Gott, jetzt kommen wir auch nicht, wenn jemand kämpft, dann... Wir dürfen uns nicht trennen, ja? Ja, wir müssten so langsam, äh, da so... Ja, ja. Ich hab ein bisschen Angst gehabt. Ja, ich guck mich die ganze Zeit rum. Ich will mich nicht erschrecken, ja. Komm, wir teilen mal ein bisschen auf, ja. Habe ich noch auch gelesen? Nein, das ist machbar doch... Nein, wir... das ist genau richtig auf dieser Map. Wir müssen uns aufteilen. Komm, wir trennen uns. Wir müssen uns aufteilen. Ich flüchte in den Keller. Da wird er uns bestimmt nicht erwarten. Oh! Hallo, Michael! Der Michael Mia! Ey, Michael, Mann. Du siehst mich nicht, ne? Ich hör dich nur, ich seh dich nicht. Oh, shit. Oh, Michael. Michael... Ich wollte dich grad an den Haken hängen, weil dann hast du noch eine Chance zu überleben. Michael... Okay. Sei mein Michael heut Nacht. Tschüss, Michael. Ja? Achso. Oh, schubidu. Geh, 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 geh. Okay. Aufzeilen, Leute. Ey, Michael. Äh, nicht mich! Hör doch ab! Warum, Tobi? Der verpiss dich! Aber du kannst mir doch nicht in die Arme laufen. Mach ich doch gar nicht! Rein, ey. Dem guten alten Michael. Kannst du doch nicht in die Arme laufen. Okay, wir werden jetzt entkommen, ja? Alles zusammen... Na, Tobi, wir verbluten! Ah, du bist langsam, du bist langsam, ich schaffe es! Oh, scheiße! Oh, nein! Oh, nein! Ein Prozent! Ein Prozent! Ein Verpflichtungsprozent! Ich bin tot, man. Zucken bringt hier gar nichts und ist auch saulangsam. Weil die Haken sind ja eh alle weg. Schade. Tobi ist, Tobi ist verblutet. Ja, wenigstens konnte ich noch ein bisschen über die Map kriechen. Es ist aber auch schwerer, Leute an Haken zu kriegen. Oh, was ist das denn da? Ist das etwa eine Luke? Echt? Skywalker. Äh... Luke Skywalker. Ich will sofort noch eine Runde und wir viel vorsichtiger sein. Bis wir die mitbrechen haben. Wie machen wir das eigentlich? Ist nächste Runde direkt eine andere an? Weil wir ja nur zwei Folgen machen davon? Oder wie? Ja, oder? Jeder eine Runde, würde ich sagen, oder? Ja, bin ich dabei. Ich will auch Überlebender sein. Ich will wissen, wer das ist. Das willst du nicht wissen. Ja, Tobi, du bist ja kein Überlebender. Du kannst dich mitreden. Geile Scheiße! Ey! Schwesterherz! Oh, da, 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 da! Schwesterherz! Nein! Die, du, 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 du Der Mann hat mir geholfen. Achso, wusste ich ja nicht. Das wusste ich ja nicht. Ich will noch mal... Ja, ja, ich auch. Ich will jetzt Überlebender sein. Ich will jetzt Überlebender sein. Das macht voll Spaß. Wir müssen jetzt eine neue Lobby machen. Scheiße. Als Wanderer muss man sich aber echt konzentrieren. Wir schaffen das. Da muss man sich konzentrieren. Vielleicht ist die Chance dann groß, dass wir die Map nochmal kriegen. Oh, scheiße. Ich bin raus. Aber einer muss drin sein. Könnt ich einfach dazu einladen? Stimmt, der Curry. Ja, stimmt. Der Curry muss ja Killer sein. Ich vergesse, was ich gesagt habe. Ich probier's drüber. Ich hab wieder kein Mauspfeil. Oh Gott. Jetzt ist das. Ich mag die Map so sehr. Boah, das wird... Oh Gott, ich will Überlebender sein, aber ich will nicht Überlebender sein. Ich will Killer sein. Oh Gott, oh Gott. Oh, guck mal wie man das hört. Wie man das hört, die Musik. Ich glaube, ich werde versuchen die Leute zu erschrecken irgendwie. Ja, genau das will ich auch machen. An Halloween. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zum Glück habe ich das jetzt nicht gehört. Man hat wirklich gar keinen Herzschlag. Also hört man... Nur ganz kurz, ja. Ja. Und sonst hört man nichts einfach. Nein. Also wenn der jetzt hinter dem Schatten wohne... Ich werde in eurem Schatten wohnen, Freunde. Boah, ich werde diesen Killer hassen einfach. Oh, ich bin eingeladen. Ja, ich dachte, du joinst nach. Aber hast du wieder nicht... Nee, entschuldige. Ich war gerade am Reden mit den Zuschauern. Ja, dafür nimmt man sich immer Zeit. Nicht so wie an die Wiese von Pandoria. Aha! Ey, was willst du mich sagen? So, wollen wir mal kurz wieder Pause machen? Müsst du was wieder schaffen? Ja, ja. Ja klar, geil. Machen wir kurz wieder Pause. Sehen wir uns gleich wieder. Moment. Boah, voll geil. Boah, nice. Boah. Nackenlade mit schon. Nackenlade mit schon. Und los geht's. Wir nehmen uns schon seit einer Stunde 16 auf. Mal gucken, wie dann die Folgen am Ende wird. Das ist so schrecklich. So, ich hab schon drei Generatoren repariert. Und hier? Was? Was? Das ist aber ne andere Map wie vorhin jetzt, ne? Ah, das ist jetzt der Curry, ne? Das ist die Curry Map. Ich glaub, der ist ein bisschen anders da vom Aufbau her, oder? Was, Tobi? I am not sure. I am not sure. Bisschen anders vom Aufbau her. Ich hab ein blutiges Messer für dich, Tobi, wenn du Bock hast. Hey, Curry. Okay. Mach's mal auf. Ich find da nid jod. Da 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 da. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Da 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 da. Aber das Ding ist halt, du weißt nicht, ob er gleich um die Ecke kommt, so weißt du? Ja, ja. Frag doch mal nach, Tobi. Hey, Curryman, kommst du gleich um die Ecke, oder was? Ja, vielleicht ja wohl. Ich hab schon die Hosen voll. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui gefragt. Wieso heißt der denn nur Gamer? Was soll die Kacke? Wie geht das denn? Menno, wie können wir mal joinen? Wer ist das? Ich hab keine Ahnung. Das ist die Gamer. Moment mal, wir hatten doch schonmal Gamer, oder? Vielleicht ist das aber auch irgendein Gamer. Aber ist der denn reingekommen? Die Lobby war doch zu. Ich hab keine Ahnung. Wo ist denn Kersten Wurst? Ich weiß es nicht. Tobi fragt doch einfach mal. Erstmal weg hier rennen. Erstmal weg hier rennen, Tobi. Meinst du, oder was? Alter, es ist so hässig mit den Sackgasten immer, ne? Ja, das ist mies. Hi. Okay, Gamer ist abwesend. Gamer ist abwesend, der spielt nicht. Viel Spaß mit ihm. Jo, danke. Oh. Da hab ich ihn jetzt mal eben weggeschnübbeln, ne? Dat find ich jut. So, heute gibt das mundgerechte Teile vom Gamer. Aber wenn der AFK ist, ist das doch blöd eigentlich. Ja, aber was soll ich, also... Soll ich jetzt... was soll ich machen? Ja, weiß ich auch nicht. Der wiggelt auch nicht, ne? Du kannst ihn auch rumtragen. Ne, macht gar nichts. Der wiggelt gar nichts. Ist doch bescheuert. Ja, bei der AFK ist es halt auch blöd für uns. Aber wie ist er denn dann nachher, bei der AFK ist? Ich verstehe den. Ich muss doch auf heute erstmal eindrücken gehen. Oh, der hat das dann. Mal, ne fette Party. There's a party! Don't you know? Wiki-wiki-bam! Das ist vollyes. Jetzt ist der Gamer bestimmt zurück und wartet noch, dassacionsit jemand finden. Oho... Nobody Caars! Nobody Caars! Vorher hab ich das gar nicht bei Curry gesehen. Wir haben das bei Exceleet gepostet, Curry. Oh, er wiggelt! Jetzt, hä, ernsthaft? Ah ne, 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 er ist einfach tot. Der hat nicht gewickelt, der wurde einfach rumgebracht. Ich dachte, der rote Schatz ist weg. Hey, der Killer ist da! Ich hab mich hier unten versteckt! Da unten im Keller ist voll geil! Ihr müsst mal unten in diesem Haus hier. Das Haus hier ist voll cool gestaltet irgendwie. Könntest du bitte da durchgehen? Das ist ja ein guter Tipp, wenn der Curry da gerade rumspukt, weißt du? Wollen wir mal gucken gehen, oder? Ja, geil! Lass uns zusammen einen Schulausflug machen. Gibt sich auch mal eine Stützstrümpfe an. Da ist a party! Da 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 da! Don't you know, we all get drunk on Bakardi! Wiki dong, Wiki 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 Dong! Wiki 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 Wiki! Wiki 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 Wiki! Wikileaks. Wisst du, heute mit Wiki Wiki das war total so schön. Wow, mit Weihnachten voll geil! Ich hab so gelacht! Ja, das war wirklich so... Ach, Curry, ey! Ich wusste, das war nicht so schlau. Ich wollte mal gucken, wie die Schränke hier aussehen. Von innen. Ich hab doch was gehört! Hier unten ihr müsst in den Keller! Da ist ein... Ah, Mann! Das sieht voll cool aus. Auch die Wohnung ist super gruselig. Ich will mir die Bilder angucken, Curry! Sorry. Nein! Oh, du hast aber... Das hat mir nicht so Hände, Alter. Der hat voll die Bratpfannenhände einfach. Vielleicht ist er Bratwurstbräter. Ein Bratwurstbratwurst. Jetzt ne geile Bratwurst mit Kartoffelbrei oder mit Sauerkraut. Warum machst du das denn? Wir haben das sehr spät. Wir haben heute Paprikabratwurst mit Kartoffeln und Karotten. Was hast du? Paprikabratwurst mit Kartoffeln und Karotten. Paprikabratwurst? Ja, mega vom Metzger. Oh, dieses Magic. Hört sich voll geil an. Ja, Curry, du alte dreckige Sau, du. Auf einmal stand der vor mir. Auf einmal stand der vor mir. Seid froh, dass es so ein virtuelles Mann wäre. Ohne Scheiß. Du wärst sofort umgefallen, wenn du ihn gesehen hättest. Oh ja, in Ohmacht. Weil der stinkt. Aber du wärst dankbar, weil er eine Maske aufhätte. Curry camp. Curry, Curry, kannst du mal bitte gehen? Campen nicht, Tobi. Hier, komm mal, ich zeig jetzt der Campen. Ich zeig dir immer meine großen Hände. Ne, mach das mal nicht. Ja, ich... Ja, ich... Ich fäng hier raus. So. Uah. Jo. 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 There's a party! Tobi! Ah! Tobi! Niiiihihi... Waaat? Geht der Pan helfen, Erik? Komm mit, komm mit! Nein, mach ich nicht. Okay. Komm einfach nur mit. Mit dem Klii, klar, Klavitabus. Ja. Hast du das? Hey Tobi! Nein, 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 nein! Dann komm mit! Nein, nein! Wir sind hier im Labyrinth, Tobi, guck mal. Im Schlabberinth sind wir, Tobi. Cool hier, ne? Oh nein. Du weißt schon, dass Tobi gerade gehäutet wird, ne? Ja, ja, der ist ja noch ganz toll. Macht's nicht, macht's nicht. Hauptsache hier hat's Spaß. Oh, schön hier, da noch ein Möbel. Damit euch alles Gute für ihr weiteres Leben kommt. Tobi, mach's gut, ne? Das war sehr schön. Ich weiß, wenn du uns von oben zusiehst, wirst du dich freuen für unsere neuen Möbel. Bis ich die AWP abermache, dann knall ich euch ab. Vorsicht, Pan, gib Kette. Er ist in der Nähe. Er soll einen Fluchtversuch probieren? Ich probier mal einen Fluchtversuch. Nein, 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 nein. Keiner macht hier einen Fluchtversuch. Das ist ja... Mach mal hier nicht einen Pan. Was? Jetzt wird's nämlich gehatet. Nein, Quatsch. Hi. Tag. Komm zurück. Ja, ich war doof. Ich wollte schlau sein, aber ich war doof. Keku. Du kommst jetzt sofort. Keku, come again. Scheiß, komm ich. Boah, na gut, ich komm vielleicht doch. Alright. Das erste Mal, dass ich mich freue, dass der Killer mich kriegt, weil ich jetzt auch mal den... Jetzt seh ich den auch mal von außen. Ja, der geht schon. Ja, der ist schon an. Wie ungewohnt, weil man ja kein Licht hat. Weil da keine Lampe ist, ne? Ja, ja. Curry, mach das doch nicht. Es tut mir leid. Die weiße Hai-Musik ist auch noch dabei. Düt, 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 düt. Oh, ich möchte den weißen Hai als Killer. Es geht bestimmt. Hä? Das werden alle schwimmen, oder was? Ne, so ein Fun-Killer wär auch irgendwie... So in der Badewanne. Oder so eine Unterwasser-Map wär schon geil, irgendwie. Oh, Alter! So eine Spongebob-Map. Eine Spongebob-Map. Eine Spongebob-Map. Ach, schön. Spongebob. Spongebob-Map-Kopf. 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 Oh, du solltest rennen! Scheiße. Spongebob-Map. Ich muss das beenden, was ich... anter Droge! Der Michael! Scheiße, ich hätt da vorne reingemusst. 1, 2, 3, 4, trink dein Aldi-Bier. Du kleiner Wichser. Sightseeing? Ja, Sightseeing. Oh man, Curry, warum gehst du nach unten? Ich glaub hier ist jemand Fan vom Schrottplatz. Weil ich dich gehört hab. Nein, hast du gar nicht. Doch, ich hab dich gehört. Die verdammte Kackwurst. Der ist nicht mehr Currywurst, der ist Kackgewurst. So unfreundlich hier, ne? Kackgewurst mit Mais-Stückchen. Da kommen die besten Welten zusammen. Bitte nicht die Geschichte. Ich hab echt noch einen Trauma. So, aber du hast ja alles überlebt. Was? Oh nein, das war so knapp. Es war echt knapp. Oh, das war aber ätzend. Ah, ärgerlich. Musst du schon kämpfen? Jaja, klar. Ich häng ja zum zweiten Mal. Weil der Curry mich hasst. Das hat mir aber auch mal gesagt. So. Oh, ich find das so gut. Der macht aber auch ehrlich Spaß, der Killer. Der macht wirklich Spaß. Der ist ein bisschen langsam, ne? Aber ist halt geil, dass man sich so anschleichen kann. Das stimmt. Boah, ist doch nicht wahr. Ey, sag mal. Hi. Boah. Ich will mal ein bisschen schlitzen. Curry. Ein bisschen schnitzel heute. Okay. Greif mir in den Ritzen. Ich möchte dich mal gerne schnitzen. Ja, was ist denn? Gettino! Oh! Die gute alte Schlitzkarte. Ah! Oh! Hä? Die gute alte Schlitzkarte. Oh! Oh! Die gute alte Schlitzkarte. Oh! Oh! Ich kenn einen Generator, der fast fertig war so. Hä? Ich kenn den. Wir sind Freunde geworden. Aber leider bin ich jetzt tot. No! Ah! No! Oh! Mein DBD hat gekrascht. Oh nein. Mach Generatoren. Ich bin nicht mehr zu retten. Mein Leben, nimm dein Ende. Ich hole dich trotzdem. Mir egal. Alles gefixt. Gar kein Problem. Mein Dead by Daylight ist gecrasht. Scheiße. Hä? Dein Dead by Daylight ist gecrasht? Ja. Leider ja. Und das übrigens vorhin zwischendurch ist auch gecrasht. Nur mal so. Bei dreien parallel. Keine Ahnung was da los war. So. Ich sende mal hier dieses Ding hier. Und starte. Schau mal mit. Tobi! Toll. Shit! Geh weg! Geh weg! Verbiess dich! Golta! Geh mein Freund! Nein lass mich doch mal in Ruhe bitte. Kevin gerissen bitte. Ja. Tobi! Kevin gerissen. Mir ist der Kevin gerissen. Was? Sag ich mal im Schuhladen. Entschuldige. Mir ist der Kevin gerissen. Du kannst doch jetzt nicht Salzstangen knistern. Was ist denn da so los? Geht du Banffan! Was ist denn da so bei euch los? Was ist denn so bei euch los? Sag mal, du kannst doch jetzt nicht Salzstangen knistern. Ach ich überhaupt gar nicht! Ach! Ich bin aber echt! Was ist denn da zwei? Boah! Ich versteck mich grad vom Curry. Ich glaube, er hat mich nicht mehr auf den Kieker hier gerade. Curry, wo bist du denn? Weiß nicht. Vielleicht bin ich weg. Ey, Dorison. Mir ist der Kevin gerissen. Da-la-la-la-la-la. Wie sieht's denn mit, äh... Oh, ungewollte Schwangerschaft. Ja, mir ist der Kevin gerissen. Äh, der Curry. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie gemein. Oh nein. Ja. Ja. Hey, Gronkh. Ja, was ist los? Wie schaut's aus? Ja, du sauer. Ich hatte vorhin den Curry am Hacken. Ich weiß aber nicht, ob der noch da ist. Das weiß man nicht so genau. Also, wenn ich das halt richtig sehe, ist er nicht mehr hinter dir. Ich bin mir aber nicht sicher. Oh, doch. Was? Ich bin hinter niemanden mehr. Ich bin nur hinter niemanden mehr. Schön für dich. Du alte Arschbacke. Oh-oh. Komm' her, mein Freund! Wie sich grad so richtig schön in der Hose fährt da. Uuuh! Weiß mal! Oh-hohohohohohohoho. Hätte ich genau so gemacht. Hätte ich wissen müssen. Doof. Tobi, du machst Generator, ne? Ja. Sehr gut. Was war das denn? Nichts, ich, äh... Pan rollt erst mal auf. So, erst mal Kartönchen. Ich muss zwei Leuten auf dem Channel irgendwas bieten. Hoi! Sag mal, das gibst du nicht? Wieso kommst du jetzt von da hinten? Ja, weiß ich nicht. Also es war jetzt eher Glück als, äh... Aber es war cool. Der Curry kommt immer von hinten. Hinterlader Heladio. Oh. Was denn? Was machst du denn? Nix. Nein! Alter, der ist doch durch bei mir. Das war schon durch bei mir. Das ist doch nicht wahr. Es ist traurig. Wieso das alte Milchbrötchen so wie Glück? Das darf... Nein, der bei Daylight funktioniert nicht mehr. Geil. Oh. 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 Voll der Fluch. Das ist der Fluch. Ja, wir nehmen gleich eine andere Map dann. Ach, wir nehmen ein anderes Spiel jetzt, die Kacke hier. Kann doch keiner mehr tragen. Aber wie schade. Boah, wir nehmen schon eine Stunde 30 auf und haben jetzt 30 Minuten Spielzeug. Ja. Ja, geh mal weg jetzt, der bei Daylight. Jetzt müsst ihr uns auf der Aufmerksamkeit halten. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich auch. Geil Tobi, richtig nice, ey, richtig nice. Ich wickle auch gar nicht mehr, Alter. Boah, das war gut, ne? Das war gut, ey. Boah, ich hab nur Dingens gehört, Herzschlag und dachte mir, ich muss ihn ja dann eigentlich sehen, aber ich hab dich nicht gesehen. Boah, Alter, hat's mich verstanden. Boah, nice. Jawohl, Tobi. Der Michelle hat zugeballert, ey. Michael. Michael, super gemacht. Richtig geiler Killer. Ohne Scheiß. Hey, das Baden, das funktioniert nicht mehr. Ohne Scheiß. Wobei, das, glaub ich, auf anderen Karten wirklich, wirklich schwierig wird, ey. Das wird, glaub ich, echt schwierig. Das sehen wir in der nächsten Folge ja dann. Das sehen wir dann in der nächsten Folge, wenn dann Tobi und die Pan am Start sind, ne? Am Schieseln. Ich hab jetzt schon Bock. So, ich muss Dead by Daylight abschießen, es geht nicht anders. Ja, ja, ich bin hier auf einmal mit. Dead by Daylight ab. Dann schießen wir jetzt auch die Folge ab. Gut, schießen wir die Folge ab. War schön mit euch. Schöner Schwarzbildschirm. Alter, der neue Killer ist super. Geil, geil. Die Map ist auch nice. Ja, die Map ist super, aber da hinzukommen ist ein Krampf einfach. Ja, das ist mega. Mega Kram. Aber wir haben es zweimal geschafft und das reicht ja erstmal. Das stimmt. Und es gibt ja auch im Dead by Daylight, wo man mich ja gerade gesehen hat, schon wieder Leute, die sich natürlich mal wieder beschweren. Das ist nämlich, wenn man da ab und zu mal reinguckt, ist das immer so, dass immer wenn ein Killer, halt nochmal, heißt das genervt? Genervt? Genervt. Ja, genervt. Dann beschweren sich dann wieder andere. Und immer, das ist immer so Ungleichgewicht, weil du kannst es ja nicht einrecht machen. Der ist so schwach. Jeder hat ja so seine Stärken und Schwächen. Der ist so blau. Der ist so groß. Der ist so klein. Aber eine Sache, die wirklich, wirklich, wirklich unbedingt, also ohne Scheiß, so dringend, so dringend, dass man sich als Killer im privaten Spiel, die Map, ja neue Klamotten sind wichtig für 10 Euro als DLC, das ist mega wichtig, dass sowas kommt. Ne, ähm, dass man sich als Killer im privaten Spiel die Map aussuchen kann. Ja, das ist gerade im privaten Spiel. Kannst du es bitte nochmal auf Englisch machen, damit die das auch verstehen, damit das jemand den Entwickler macht? Hey, ja. Ja. Hallo, mein Name ist Arno, nee, äh, Arno, Arno, Arno. Ne, richtig. Jetzt trau ich mich nicht. Hallo, mein Name ist Gronkh. Und wir haben einen großen Willen für die Entwickler, bitte. Bitte, 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 So fucking annoying, because you have to start like 100 games before you get the map one time. Ah, yes. Ja, I'm sorry, please, 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 I'm on my knees, I'm on my knees. Okay. Ja, das war's. Tschüss. Das war's. Tschüss. Nächste Folge, so ein Killer, andere Map. Tschüss. Tschüss.